so und damit hallo und herzlich willkommen zu dem 15 durch den meisten wenn das und heute spielen wir aber okay wir spielen let's 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 go installiere zielperson läufer entdeckt erfasse namen namen gefunden jackie's team in potenzial abnormal gefahr für numero festgestellt deinstalliere kartenkenntnis abgeschlossen haken bärschung abgeschlossen speedrun expertise abgeschossen pro gamer geschick nicht gefunden bewusstsein wähler bewusstsein konnte nicht garantisiert werden unerlaubter zugriff festgestellt fehler protokollisierung schützt ab oh mein gott okay doppelstammt auch ich bin dran schön dich kennenzulernen du musst der neueste läufer sein den das spiel gepackt hat das ist bis zu mir geschafft dann hat der hack dann hat der hack da gab es genug rind und schweine und dann hat der heck wohl geklappt du hast aber bestimmt keine lust die jetzt die ganze geschichte dieses ortes anzuhören also schnapp dir deinen haken und auf geht's cool hier ist der ist dein wichtigstes vorbildungsmittel greifen ziehen schwingen drehen was immer du willst der haken kann ist also die voran schieße deinen blauen würfel indem du links rückst also ich kann nichts anderes machen außerhalb das klinge ok schön jetzt halt einfach um dich anzusehen und schluss kannst du einfach bis drücken zum loslassen ok in ordner und den kleid besprochen hat sogar war ja da kannst du jetzt die grundlagen die du dir zum berlin brauchst das ist seine über sache so ein bisschen betrete dieses portal dann kann der richtige das richtige spaß losgehen ah und ich leite unten links leite ich energie auf und ich verliere die aber wenn ich etwas einsetze und wenn ich stehen werde verliere ich die ok das heißt ich muss oh mein gott das heißt ich muss die sweet one let's go ne die süße oh cool ok los zeit ok ok es geht also auch ok cool cool also 40 sekunden was ich nicht so der pöner ne also aber gut geht es ja einfach nur das game bei level zu zeigen da bist du ja wieder mal sehen wie du dich angestellt hast echt nicht übel und mit ein paar neuen kiffen wirst du bestimmt noch besser werden wie auch immer guck mal hier rüber ich werde dir zeigen wie man die zeit verzehrt also du kannst die zeit weit langsam in dem du shift drückst ich könnte die wissenschaft dahinter erklären aber ich glaube das kümmert uns beide nicht so wirklich also die los drücke schrift links die hand ok ziemlich gewaß damit kannst du fehler wieder gerade bieten und bekommst dazu so eine kleine erhöhung deiner reichweite kannst du üben hier einfach durchaus durch eine die blöde von der reichweite zu werden So einfach das aufzumachen, ist halt die Frage, ne? Okay. We're sure a merry christmas, a merry christmas, a bee. Okay. Oh. Oh, moin. Oh mein Gott. Okay. Rohr, Santa, Rohr, Santa. Rohr, Santa, Ritt. Let's go. Okay. 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 Ich will halt shiften immer wegen schneller rennen und so, you know? Da komm ich aber nicht okay. 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 wichtig hat gerade wegen dem verlängerten oh mein gott das war glaube ich ist so langsam also so kurz fühlt also also so schnell also langsam durch ein gameplay ohne wandung geführt komm hierüber zeige ich dir den letzten kniff bevor es ans eingebrachte geht ach du scheiße hier das wichtigste rot und gelb kann ich nicht greifen okay dann muss ich auch ach so dass ich muss da hinten schon irgendwo hin oder so grün ok sind dir auf den fern diese grün würfel sind das werk von jemand anderem es bleibt keine zeit für viele erklärungen merkte einfach dass diese grün für den weg versperren ist dass ich nicht wirklich ermittelt habe um sie zu zerstören wo einfach mal einen bliebigen kopf zum beispiel ja klar alles klar so geht es natürlich da willst du es auf jeden fall leichter haben die dafür zu bewältigen gehen wir über die wand darin startbereit ich habe gedacht dass das jetzt irgendwie sehr würfeln ist sehr würfeln ist niss 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 niss... Okay. ich glaube wahrscheinlich viel zu viel wahrscheinlich das war mega lange jetzt ich laufe zu viel ich glaube ich muss viel viel mehr die fächer essen und dann viel mehr in schmerz springen aber gerade durch gemerkt ganz gut du bist du dann solltest du dir raus haben weil sie noch mehr training brauchst kannst du jetzt seit ihr üben ich bin mir sicher du wirst jede menge spaß beim herum baumeln haben eine sache noch vor du dich aus dem sport machst du musst dich bestimmt fragen was hier überhaupt vor sich geht das ist eine völlig normale welt wo ich hier gerade lebe ist das alles bunt und kunterbunt und keine ahnung es ist natürlich normal ich frage mich gar nichts das wichtig ist eigentlich nur dass du die kleinen gesatte am ende von jedem level einsammelt sie werden dir dabei helfen ein portal zurückkehren nach hause zu beschaffen und macht ihr um mich keine sorgen meine alleinige auch weil es ist leuten die feststecken aus der patsch zu helfen dies ist das schicksal nachdem ich verlangt habe nachdem du für okay ja das war es diesmal wirklich wenn du fortfahren möchtest du direkt los und schießt auf diesen kristall hier du kannst dann da ein level auswählen den du spielen möchtest je mehr level du abstehst desto mehr kristalle erhältst du und desto mehr welten schaltest du frei also los macht ich halt schattler ich habe doch schon drei warum ich ja nur 15 ich muss in den verstehe ich nicht verstehe frei wenn ich in allen drei habe okay das wird richtig grimy wenn das so wirklich so ist aber es ist die ersten beiden zählen dann die ersten drei zählen dann ich will nicht mal warum weil ich kann damit vier ich kriege ja nur zwölf also die müssen ja vorher freisch auf werden also aus der logik oder ja wir gucken meine flinker luke look ich bin den vater ok moment ich tue mir falsch genug ich tue die ganze Zeit falsch genug ich muss mich ja weil links rechts vertauscht ist also links klick ist ja rechts und rechte klick ist links und kurz zwei sterne ok 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 der tunnel du nur noch aber ich habe nicht gesagt dass ich da nicht da habe ich nur aufstehen und dann ganz chillig zu weisse aber heftig wie also ich ich komme jetzt also es ist ja wenn du gestaltest ist ja immer wieder neu und ich gehe eigentlich mit so ganz krassen fehler dadurch und ich habe so noch nur 15 aber wir kriegen die trotzdem hier okay wie heftig muss das game spielen gut hier sind nur drei sekunden früher das ist wahrscheinlich irgendwo aber für 30 musiker den dann wahrscheinlich für 20 den heftig wie schnell man die der durchgehen kann spielen wir springen ok jump 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 boy jump 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 boy jump jump ich habe kein plan wo ich ihn muss natürlich auch noch so okay also ich muss einfach sagen wir mal zehn sekunden schneller sein als ich jetzt damit also das game wird wahrscheinlich mega grindelastig und das war das spiel und so das alter die die aber die level to be honest sehen ja schon sehr sick aus also ich also also okay das habe ich vorbeschissen die runde hier ja gut dass das dass ihr euch jetzt hier verkackt haben mit der zeit das ist klar eigentlich die zerstören ich kann mich nicht so festhalten aber ich wurde richtig schnell unten drin ja ich 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 sie ja heftig das game ist irgendwie cool muss ich sagen schwungturm die besseren werte überall dann wird es nervig to be honest ok 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 Ja. das hätte so wohl wahrscheinlich gesagt aber ist okay also ich war er hat ja ich habe ich irgendwie voll rausgehauen das dafür verweichert in halben minuten in dem fall zu langsam to be honest und okay dann musst du wieder einmal schwimmen kommst das nächste direkt red ja ja okay weil ich jetzt safe da unten drin so ne um es jetzt mal was ich zu sagen ach guck da sollte auch mal eine zeit die du müssen haben muss um einen zu bekommen 30 der kohle darf ich eine sekunde 6 45 na 10 sekunden 5 sekunden 10 knapp 5 eine halbe minute einfach oh my god oh my goodness heftig heftig kann ich hier einfach nur rumspringen und üben oder was ist das jetzt hier das sieht auch cool aus muss man sagen jetzt kann ich mit ihm mit dir sprechen cool aber was kann ich gar nicht hier noch irgendwas machen also es ist einfach nur die drehenswert das finde ich auch cool gemacht jetzt aber wie komme ich jetzt wiederholung nötig mit anderen athleten ja aber das ist ja ich habe es mir schon gut getan sagen wir mal wie ihr das game findet wollt ihr es gerne mal sehen ja nein vielleicht schreibt mir die kommentare dankeschön für das einschalten sag ich mal und ja bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020